Ergola ist für uns ein Begriff, nicht nur in Belgien, sondern auch in ganz Europa. Für mich als Fußballer, als Torwart beim FC Bayern, oder wenn ich in Belgien gespielt habe, war ich immer gerne unter der Sonderbank, unter dem Scalarium. Ich weiß noch gut, wenn ich das Spiel gemacht habe in Madrid, dann habe ich ein oder zwei Tage vorher ganz ruhig. Für mich war das warm, gemütlich, angenehm und ich war immer glücklich damit. Das, was wir hier mit dem Fitnessbereich machen, mit Fitness für den Körper, machen wir hier mit unseren Geräten als Fitness für die Haut. Und ich habe mal ein schönes Beispiel mitgebracht und das ein bisschen zu erläutern. Wenn ich das mal zeige, dann sieht man, das blaue Licht dringt verhältnismäßig wenig in die Haut ein. Und wenn ich jetzt eine Kombination mit dem roten Licht nehme, dann sehe ich, dass das rote Licht auch tiefer liegende Hautschichten erreicht. Und ich habe damit einen sehr schönen Effekt, weil ich die Blutzirkulation in der Haut anrege, weil ich die Zellen aktiviere. Das gibt eine Hautverjüngung. Ich glaube, jeder Mensch spürt, ob er sich vom Licht angezogen fühlt. Und wenn er das Bedürfnis nach Sonne hat und die Sonne einfach nicht zur Verfügung steht, dann ist die künstliche Besonnung durchaus eine Alternative. Und sie bietet halt den Vorteil, dass man ganz individuell dosieren kann. Man kann mit den heutigen Geräten dem sehr schön Rechnungen tragen, weil durch die verschiedenen Programme, die auszuwählen sind, man für die unterschiedlichen Bedürfnisse der Nutzer ganz spezifisch die Spektren erzeugen kann. Ergoline ist Nr. 1, wegen unserer Commitmentung zu Technologie und Innovation. Wir haben angefangen, die Standards vorbewerben, lange vorhin, bevor es war accepted oder bevor es war cool. Und jetzt sind wir die Standard-Bearer für die Besten und Highest in Technologie in der Industrie. Wir haben mit Ergoline seit mehr als 25 Jahren gearbeitet. Ich glaube, einige der Produkte der Firma waren weit entfernt von ihrem Zeitpunkt. Es ist sehr einfach zu kaufen, was man wirklich mag, was man glaubt, was man glaubt. Es ist eine Mutual-Love-Relation. 1 2 2 3 3 5 5 5